Kommandiere wollen Arbeitnehmer, Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, Arbeitnehmer intelligenter Arbeitnehmer, Bratschen und Säuren für unsere Arbeit, Zeitverschämter für die Niemalsbeschämter. ... diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg. ... ... O que? De queijo? O que de queijo? O que de queijo? O que de queijo? O que é uma rodinha, olha só quem lula do...